The Echos. Ja, willkommen zu einer neuen Folge FIFA 15 07. So, ich habe jetzt mein Aufnahmeprogramm geswitcht, alles ist perfekt. Ich hoffe, es läuft. Jetzt mit dabei Tobi, Curry und der gute Bronzerwirt. Und wir spielen gegen einen Verein, die Echos, die anscheinend Dortmund-Anhänger sind, wie man sieht. Ja, muss man mal schauen, ne? Tobi. Ja. Schade. Ja. Ja. Da geht er ran. Ja, heute Bronzerwirt wird hier gefightet, Mann. Jutta Dach-Bronzer. Hallo. So, ja, die letzten Spiele brauchen wir absoluten, drüber reden. Jo, schieß einfach mal drauf. Tobi eskaliert. Boah, das ist direkt ein anderes Gefühl, wenn man mit einem anderen Aufnahmeprogramm spielt, ist das viel, viel flüssiger. Echt? Flüssig. Freut mich für dich. Wobei der Keeper steht. Die haben einen gesteuerten Keeper, Leute. Oh. Das ist nicht so geil. Ja, wo der Matcher ist, kann ich euch leider weiterhin nicht sagen. Wir haben uns vor einer Stunde getroffen zum Aufnehmen. Also die letzten Folgen, der ist irgendwie immer noch abhanden gekommen. Ich denke mal, der wird in zwei, drei Folgen wieder dabei sein. Und wir nennen uns ja der hundertsten FIFA-Folge. Oh ja, schön, Dennis. Bald ist es soweit. Lasst euch mal überraschen, wir haben was Cooles geplant. Du bist ja jetzt wieder außen, ne? Genau. Vielen Dank dafür. Also nicht, weil du jetzt schlecht warst in der Mitte. Ponce? Ponce! Oh. Alter. Außen trägt es sich am besten rum. Komm, Paz. Boah. Ja, mal gucken, ob die Muffin zollt gewinnen, ne? Komm schon. Paul! Der pfeift nix, ne? Der pfeift nix. Nee, aber fass mal den Gegner an. Ja, ja. Sofort rot. Tobi, lauf, 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 lauf. Der kommt. Hast du, Tobi? Komm, Fros. Deine Vorschenkel. Oh. Scheiße. Komm wieder her. Oh. Wir sind dran. Ja, Ponce, schieß drauf. Schieß, komm. Ponce! Ja! 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 Jo, Mann. Nice. 14. Minute. Komm, Bronze, hau raus. Ernsthaft, Bronze, das kommt da. Ja, Bronze hat gesagt, er will keinen Torjubel mehr machen. Echt? Bronze, Alter, wie geil. Fähnter Schuss, Mann. Der muss doch voll auslippen. Er will keinen Schari innerer. Ja, zu Beginn der Partie hat Curry folgende Äußerung getätigt. Oh ne, also als Bayern Das war natürlich voll auf die Trikots bezogen An alle Dortmund-Fans da draußen Ihr habt gehört, das ist der wahre Currywurst Ich hab nicht gefoult Ich hab auch Ja gut Nicht gefoult ist Ja, aber ich hab B gedrückt Und da geht er trotzdem so rein Das ist PS-Steuerung oder was Alternativ Okay Alter Komm her, Cattelani Den Hellste-Curry Hellste-Locker Kevin Jo, hau dir erstmal rüber da Was ist das denn für ein Vogel, Alter? Patrick ist gerade geschossen Ich hab bis jetzt, meine Elf war immer reingemacht, Brunze Du hast die Schuhe reingemacht, du Fehler Ich hab auch immer die Elf war reingemacht Alter Wie ein Hacki-Mulli denn, der Oh, Brunze, Alter Da gewinnt man schon Kopfball und dann direkt zum Fein Du hast ihn doch gar nicht gewonnen Ja klar, Mann Nein Alter Evonik Müssen wir mal im Spiel eigentlich Produktplatzierung anschalten? Ja Kann man mal machen, ne? Gute Frage Oh, Dennis, mach doch mal den Auswärtsschritt da Lauf Curry Abseits Jo, ich hab's noch, als ich geschossen hab, hab ich's gemerkt Kein Problem, Mann Too late, apologize Ach komm Diese Engelsklingel hier wieder Engelsklingel Engelsklingel, aber Engelsklingel Der klingel ist, da kommt ja ne Stimme, weißt du Nice, oh, 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 wie ich das immer hasse, Mann, wie ich das immer hasse. Lass raus deinen Zorn. Dann tue ich mal sowas. Ich bin zu sauer, ey. Scheiße. Schön. Wunderschön. Öl. Sauber. Dennis! Mal hier. Bonkse! Dennis! Dann macht er die Kopfnuss. 2 zu 0 Muffins! Bronze. Und vom letzten Tor auch nochmal. Guck mal, Bock. Aber du bist ein bisschen leiser als alle anderen Bronzes. Nee, das ist nur, wenn er laut schreit, dann wird er leiser. Das ist das Mikrofon, ich habe das auch bei mir. So, das stimmt, du hast ja dasselbe, glaube ich. Ja! Ja, Tobi, Alter! Nur, dass es beim Tobi richtig eingestellt ist. Tobi weiß, was schlecht ist. Oh, Tobi, sauber. Ach. Nitzel. Gimbald, komm. Hü! Ja. Ja. Oh, oh, Tobi, hast du. Kevin! Schade. Schade. 2 zu 0, das ist doch schuldig. Dennis! Oh. Dennis! Lauf! Ah, der wusste das. Hasse, hasse, hasse. Kämpfen. Kämpfen, Bruder. Nostradamus, Mann. Und zwar redest du da manchmal für einen Scheiß, ne? Nostradamus. Aus Darmstadt. Dennis, nein. Definitiv, ja. Tobi. Brotzi! Brotzi, runter. Mein Gott. Tobi? Tobi? Ach, komm, erzähl mir doch keinen, du Spasti, Alter. Erzähl ihn einem vom Pferd da. Mein Pferd. Meine Fresse, mach da einen auf dicke Hose. Ey, du bist doch... Guck mal, der heißt Wust. Der hat dem Curry das R geklaut. Ey, der hat doch gar kein R. Dennis. Oh, ja, na klar. Oh, ich stehe im Abseits. Ein bisschen. Ich lang snacken, Kopf in den Nacken. Gebet nicht, ne? Schön. Bringt aber nix. Bringt einfach nix. Jo. Ja, Ön-Curry. Schön. Ausgezeichnet. Ich kann auch keine Kopfwelle, Freunde. Komm. Der Tobi Nahtbäume. Wie hoch ist eigentlich der Pro hier? Ist das eine Anmache? Ne, weiß ich, ich glaube 1,76 oder so. 1,77. Von den Punktenstand her. Ach so, 80 habe ich. Ja, ja, 80, ja. Oh, leck mich doch, ey. Unterirdisch von mir. Noch unterirdischer als Fritzl, Alter. Na klar. Ja, das ist ein Foul. Ey, ich flipp aus. Freunde, wir beide sind die Brothers in the Front. Jo. So, halt deine Arsch hin, Mann. Ja, da kennst du dich aus, wa? So, er ist der 15. Melode 2-0 für die Bluffen. Sauberluffen. Sauberluffen, Mann. Endlich. Ich verliere 3-2. Was? Sag das mal lieber nicht so laut, ey. Ja, ich kenn mich schon aus da mit so Clubs. Das ist immer so. Also fast immer. Hatten wir aber auch schon oft. Ja, klar. Du führst 3-0 und verlierst 4-3. Ja, hatten wir schon sehr oft. Dann bist du wieder durchgepeitscht. Mhm. Bam, babam. Ich glaube, der Bronzer würde man ausführen in der Singapur machen, ne? Hey, Asitoni. Das ist der Kerl, ey. Jo, ui, ui, ui. Lauf, lauf. Klatschen muss es. Oh mein Gott, Alter, was ist hier wieder los? Wo ist der wieder überirdisch, ja? Oben. Komm, komm, komm. Kevin, super. Pass auf, ich komm nochmal kreuzen. Jo. Jo! Ja, 3-0, Tobinato. Tauber, Mann. Bonze. Tobinato. Tauber. Ja. Bonze. Hast du das mal abgelenkt, ey. Boah, der ist mir vier Tage lang in der Stimme so. Ja, ich hab den Eifel runtergezogen. Richtig am Profi, ey. Cooler Mann. Er legt sich vor die Apfel, ey. Kann man aber machen. Aber jetzt 4-0, Mann. 4-0, warte mal vor uns. Ich da durch. Jo, Tobi. Jo, der tankt da. Komm her. Jo, das ist ein Antäusch. Oh! Schade. Ah, der Torwart. Schade. Haben die nicht schon einen Torwart jetzt? Ja, ja. Wandsgesteuert. Uuuuuh. Oh, Kevin. Ja, ich hab gefälscht. Abgefälscht. Rüber. Schönes Eckchen. Schönes Eckchen. Okay. Müssen wir aufpassen. Aber der ist eh, glaube ich, dumm. Okay, Dennis, bleibt mal da. Oh, der kommt ein bisschen zu weit. Klappt. Woh! Oh, Alter. Der kommt rein. Woh! Der ist so aus. Fussung. Du. Der hätte drin sein müssen. Sei mir das böse. Jawoll. Jetzt hat Bronzeltor. Nein! Boah, schade, Alter. Was macht der Kieper? Ich versteh's nicht, wenn ich nach oben drücke, ne? Warum der dann, warum der dann nicht nach oben läuft, wenn der nicht nach oben schießt. Ich versteh's nicht. Das ist nur auf dem PC so, ey. Schön. Oh, wie das schlecht. Bronzelt! Oh, schade, abgefälscht. Aber gut verpasst er, so. Richtig geil rübergekommen. Wo steht der Torwart? Guck mal, mach mal mit dem Rechtsfuß, dann kannst du rein... Ach, ne, doch nicht. Okay, ähm. Und se. Oh, schade. Schade. Sauber, Jungs. Das ist, das ist wunderschön. Das ist prima, ne? Das ist... Hör ich durch im Sekt vielleicht. Kennt ihr die, Alter? Die wollen die so atmet? Oh, oh. Boah. Boah, jo. Nein. Jetzt geht die los. Drei... So, eins. Scheiße, Mann. Der Anfang vom Ende. Wurst. Currywurst. Mann, 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 Mann. Hab ich gewusst, Mann. Currywurst nicht Bescheid. Ich hab das gewusst. Scheiße! Es wurde wieder beskuliert. Was? Ich war grad im Keller. Jo. Okay, Leute, jetzt kommt das 4-1. Alter, WTF! WTF! Was war das denn? That... Ich raff's manchmal einfach nicht. That war auch nix. That war auch nix. That is it. Nicht. Das war auch nix. Hä? That war auch nix. Das... That is it. Abseits. Wieder nix. Der Schlauze! Tobi, Alter, was ist mit deinen Haaren los in deinem Spiel, ey? Oh. Oh, nee, ey. Juh, Alter. Juhu! 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 Anfang vom Ende, man, Curry hat gesagt. War zwar der Tobi, aber okay, Wunsch. Ey, das kann doch jetzt nicht sein, der Rot-Jopf hier. Jetzt müssen wir uns noch mal konzentrieren, man. Koan, Carlos, Vélez! Scheiß auf Carlos, man! Curry, Curry, Curry! Wir müssen uns konzentrieren. Voll weit weg. Aber wenn so einer mal richtig fliegen würde, ey, dann wäre das echt ein krasses Tor. Ey. Na guck mal gleich auf einer anderen Seite. Die machen das gleich. Schießt der Keeper rein. Sauber. Okay, ist da Platz. Brunzel! Renn du, kleines, dreckiges Misch... Ernsthaft, Brunzel? Warum? Lauf durch! Der hätte nicht durchlaufen können. Nee. Wie zu langsam gewesen. Oh, Curry! Nein! Ey, das gibt's doch nicht! Oh, schade! Die finden auch immer eine Anspielstation. Oh, oh! Ich kotze! Komm, 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 nein! Ich kotze! Was hat der denn jetzt? Ach, Alter! Ja, komm, genau! Du, an Carlos Vélez ist der Mann des Spiels, Alter! Guck mal, die in einer R gegrapscht hat! Ja, klar! Wie hat sie fallen jetzt, Alter! Wie hat der alten González da jetzt, oder was? Jetzt schälen das Tor hier. Chi-chi-chi-chi! Prost! Wie sie Curry verhöhnen wollen! Alter, die können echt nix, ne? Sauber! War das jetzt der zweite Elfer? Ich bin, oder bin ich das falsch? Ja, das war der zweite! Ja, dann auf der anderen Seite schon einen! Entweder machen sie's extra, oder sie sind total dumm! Warum soll der denn den Elfer extra verschießen? Ei, ernsthaft? Das ist kein Foul? Ne! Ach so, so langsam? Okay, Mensch! Ah, komm! Meta! Boah! Hä? Hä? Schön! Ey, das ist nicht dein Ernst! Gibt's doch nicht! Die haben so richtig Momentum gerade, ey! Das merkste! Ernsthaft! Komm, komm! Alter, was ist los hier? Oh! Nein, Curry, warum?! Ja, das war noch gespeichert! Was? Schön! Lauf, du Flittchen! Nee! Ach komm, Mann! Fick dich! Oh! Mann! Ey, bist du nicht verarschend? Das ist nicht gut! Leute, es sind noch zwei Minuten! Komm! Einen Angriff machen wir doch! Schön! Was ist das denn, Junge? Was ist das? Du das! Oh, der ist draußen, der Torwart! Oh mein Gott! Ach, Fick! Ich hab das gar nicht gesehen! Ich hab das gar nicht gesehen! Ich hab das gar nicht gesehen! Der ist so grün! Super grün! Super grün! Jetzt schießen wir das Tor! Pass auf! Wetten! Der Torwart ist mit vorne, ne? Freunde! Ja! Falls ihr den Ball habt! Ach, komm! Komm, komm, komm! Ja, ich konnte nicht! Ich kann nicht wegschießen! Alter, wenn der Torwart das Tor schießt, ne? Ey, guck dir das an! Das gibt's einfach nicht! Ey, so langsam! Was ist das für eine Scheiße! Mal ganz ehrlich, das ist doch ein Dreckspiel! Das kannst du doch nicht spielen, Mann! Oh, Mann! Ja, klar! Und dann peigt er auch noch ab, Mann! Schon wieder unentschieden! Wir haben 3-0 geführt! Das ist einfach gut! Guck dir mal die Drecks-Tore an, die die geschossen haben! Das kannst du doch keinem erzählen, Mann! Wie Frosch, Alter! Alter! Ich bring' Unruh in dieses Team, ey! Das ist ja sonst nicht besser, ne? Es ist einfach so bei uns, du hättest du? So typisch, wieder 3-0 in Führung und dann 3-3! Ja, aber dann können wir ja nix führen, Bronzel! Wir sind doch nicht daran schuld! Ja! Bis zur nächsten Episode! Ciao! Mal jetzt aber hier kommen! Alter!